Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute habe ich ein Update für euch zum Tyco Testnet, wo wir schon ein Video gemacht haben. Dort gibt es etwas Neues und zwar ein ENS-Domain. Das heißt, ihr könnt jetzt auf Tyco eure .tyco-Adresse sichern, um eben diese lästigen, langen 0x-Adressen wegzubekommen. Kann eine coole Sache sein, es ist das Testnet, das heißt, es ist eh komplett kostenlos. Zusätzlich wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, was genau ein Wallet ist, wie ein Ledger-Wallet, also wie ein Hardware-Wallet, einen normalen Wallet schützt, was da die Unterschiede sind und was nochmal das Ganze zu tun hat mit Wallet-On-Chain und den Interfaces wie Kepler, Metamask oder Leap oder alle anderen Wallets, die ihr kennt. Und dann als letztes haben wir nochmal einen Blick auf den aktuellen Markt, denn dort ist heute ein ordentlicher Sprung passiert. Deswegen schalte ich jetzt auch direkt mein Licht ein und wir starten direkt rein in dieses Video heute. Ihr könnt jetzt auf die Seite gehen, die ich euch natürlich unten in die Beschreibung gepackt habe. Ihr könnt dann euren Wallet verbinden. Ihr müsst dabei bitte bedenken, dass ihr dann das Netzwerk noch ändern müsst auf das Tyco-Net-Testnet. Das wird aber automatisch dort geschehen. Hier könnt ihr auf Switch drücken und schon lädt ihr das Ganze und wir sind hier verbunden. Wenn wir jetzt hier hingehen, können wir hier einen Namen eingeben, zum Beispiel Cosmos with Max. Dann können wir auf Search gehen. Wenn hier Available steht, dann können wir diesen Namen noch nehmen. Können wir hier hingehen, können auswählen, wie viele Jahre wir diesen Domain-Namen haben wollen. Gehen wir mal auf 20 Jahre. Das ist das Testnet, das ist sowieso kostenlos. Wir gehen auf Confirm. Und dann haben wir hier die Option, das im Metamask zu bestätigen und hier 25 Dollar dafür zu bezahlen. Denkt dran, wie gesagt, es ist sowieso kostenlos, dass Tyco-Testnet, wenn ihr da Ethereum braucht. Guckt gerne im ersten Video, wie wir dort Ethereum rüberbridgen können, beziehungsweise wie wir das Forced dafür nutzen können. Und dann könnt ihr hingehen und so viele Domains euch holen, wie ihr wollt. Es kann natürlich auch ein Kriterium für den Tyco-AirDrop sein. Je mehr Transaktionen ihr auf Tyco gemacht habt, die spezieller sind und auch besonderer sind, kann es vielleicht einen größeren AirDrop geben oder nicht. Und das ist, denke ich mal, auch eine coole Sache hier. Allgemein finde ich solche Domain-Namen sehr, sehr cool. Ihr könnt natürlich auch hingehen und andere Sachen suchen, wie zum Beispiel BMW oder halt Audi, Porsche, Available. Das heißt, Porsche habe ich eingegeben, leider. Wahrscheinlich ist Porsche schon weg. Ist schon ein Register. Das heißt, hier die coolen Sachen sind natürlich alles schon weg. Aber ihr könnt eben hier rumprobieren, wie ihr wollt euren Domain-Namen suchen. Und wie gesagt, es gibt viele Domain-Namen, die schon für viel Geld verkauft wurden. Zum Beispiel Max ist so ein Name, der immer mal wieder über die Theke geht für ordentlich Geld. Ich glaube, letztens wurde er erst für zwei Ethereum verkauft. Das heißt, so einen Namen zu haben, kann immer lukrativ sein. Und je nachdem, wie dieses Testnet hier performt und das Tyco-Netzwerk sowieso performt, wird es in Zukunft vielleicht mehr oder weniger profitabel. Also trotzdem denkt daran, ihr macht das Ganze kostenlos. Ihr habt es ohne Aufwand im Endeffekt, könnt ihr das hier machen. Dementsprechend würde ich da jetzt nicht auf Gewinn gehen. Ich würde einfach ein paar Domains hier mir holen und dann sollte es auch wieder passen. Und dann kommen wir auch schon zum interessanteren Thema. Und das ist, ich will euch nochmal kurz erklären, wie ein Wallet auf der Chain funktioniert. Zum Beispiel habe ich ja damals mein Kepler-Wallet bzw. mein Metamask-Wallet für Dimension, wenn wir uns mal hier wiederum swappen, Dimension, hatte ich auch bei Kepler importiert. Und um zu sehen, dass das auch genau das Gleiche ist, ist es ganz einfach. Ihr geht hier hin, kopiert die Adresse, Copy, geht auf den Dimension Explorer. Und wenn wir dann die Adresse eingeben, sollten wir diesen Wallet finden. Ganz, ganz einfach. Wenn wir jetzt hingehen und von Kepler die Adresse kopieren, indem wir hier runtergehen, diese Adresse kopieren, es ist ein anderes Format. Wir haben nicht diesen 0x, sondern dieses Dime. Trotzdem kommen wir genau auf dieselbe Seite mit genau dem gleichen Ethereum-Wallet und dieser selben Adresse für eben dieses Cosmos-Interface, sage ich mal. Das ist eine Cosmos-Adresse, das ist eine EVM-Adresse und da ist ja auch der Unterschied. Aber was das euch Ganze zeigen soll, ist, egal wo ich meine Seedprays von diesem Account importiere, es ist immer der gleiche Wallet auf der Chain. Es ist vollkommen egal, ob der eben auf Kepler importiert wird, auf Leap importiert wird oder auf jegliche anderen Metamask-Äquivalente, wie zum Beispiel Trust Wallet. Du kannst da überall hingehen, den Seedprays eingeben und der Wallet auf der Chain wird immer der gleiche bleiben. Immer, egal was ihr macht. Außer ihr nehmt natürlich eine neue Seedprays. Aber ich denke, das ist relativ obvious, dass es dann sowieso was Neues ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich ein Wallet habe, wie schützt das jetzt, wenn ich ein Ledger-Device zum Beispiel habe oder irgendeinen anderen Hardware-Wallet? Gehe ich mal einfach hier hin, gehe ich auf Transaktionen, dann gehen wir hin, suchen uns irgendeine Adresse hier raus, in dem wir, ah, die ist jetzt leider gefällt, deswegen ging das nicht. Gehen wir mal auf Withdraw, auf die hier. Dann haben wir den Hash hier. Type Withdraw, dann haben wir hier eine Adresse. Gehen wir mal auf diese Adresse hier drauf. Hier unten ist die 0x-Adresse. Der einzige Unterschied, den ich jetzt hätte, wenn ich ein Ledger-Device hätte, ist, wenn ich auf Send-In drücke und dann hier die Adresse einfüge und dann hier zum Beispiel 1 auswähle und auf Next gehe, kann ich das hier in meinem Wallet sofort bestätigen und brauche nicht ein externes Gerät, um das zu bestätigen. Das heißt, indem ich ein Ledger-Device mit meinem Wallet verbunden habe, beziehungsweise durch das Ledger-Device mein Wallet aufgesetzt habe und dadurch meine Seed-Phrase generiert habe, habe ich einen zusätzlichen Offline-Faktor drin, der immer gegeben sein muss, um eine Transaktion zu bestätigen. Trotzdem, sollte jemand die Seed-Phrase haben, ist es komplett egal, ob ihr ein Hardware-Wallet habt oder nicht, weil die Seed-Phrase ist im Endeffekt der Schlüssel zu allem und er kann sich einfach ein Ledger-Device holen oder irgendeinen anderen Hardware-Wallet, kann die Seed-Phrase eingeben und kann sofort eure Funds ebenfalls verschicken. Das heißt, so ein Ledger-Device, ein Hardware-Wallet oder alles andere, was eben extern nochmal bestickt werden muss, schützt euch nur davor, wenn jemand zum Beispiel euch hier eine falsche Seite untergejubelt hat, zum Beispiel stand mal wieder auf irgendeinem Twitter-Post von Dimension und drunter, hey, jetzt könnt ihr hier draufgehen und bekommt nochmal extra Dimension und dann seid ihr Multimillionär und ein extra 100 Millionen Airdrop und wer eben auf sowas reinfällt, kann eben durch ein Ledger-Device geschützt sein, weil der Wallet nicht getraint werden kann, weil ihr im Endeffekt dieses externe Glied dazu habt, was eben der andere nicht hat. Er hat nur Zugang zu eurem Wallet, aber er hat nicht die Seed-Phrase, noch das Passwort, um die Seed-Phrase auszulesen, noch eben die Möglichkeit, euren Ledger zu imitieren. Das ist der einzige Schutz, den euch ein Ledger-Device gibt. Das heißt eigentlich, solange ihr nicht auf solche Phishing-Seiten reinfällt oder allgemein euch irgendwo anschließt, wo eben die Gefahr hoch ist, dass euer Wallet getraint wird, weil es eben fake ist, dann braucht ihr nicht unbedingt oder zwingt ein Ledger-Device, aber jeder, der mehr als 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Dollar in Krypto hat, ist natürlich besser geschützt mit einem Hardware-Wallet, der eben offline nochmal euch das Ganze bestätigen müsste. Wie gesagt, ein Ledger schützt nicht davor, wenn eure Seed-Phrase, eure 12, 24 Wörter geleakt werden. Das heißt, sobald die draußen sind, ist vollkommen egal, was ihr macht. Euer Wallet ist gehackt und kann gehackt werden zu jedem Zeitpunkt. Solltet ihr aber nur über das Web-Interface irgendwie gehackt werden, im Sinne von, dass der in eine Wallet reinkommt, kann ein Ledger-Device, Hardware-Wallet, euch schützen davor, Transaktionen zu bestätigen, die im Endeffekt die ganzen Funds rausschicken wollen. Das heißt, solange ihr das Device nicht angeschlossen habt, beziehungsweise auch wenn ihr es angeschlossen habt, ist es komplett egal, weil ihr müsst ja hier händig in der realen Welt nochmal bestätigen und solange ihr das nicht macht, wird euch auch der Wallet nicht getraint. Soviel zu dem Thema, was nochmal Wallets sind und wie ihr mit einem Hardware-Wallet euren Wallet schützen könnt. Dann schauen wir nochmal hier auf den aktuellen Preis-Feed. Ich habe mich heute schon gewundert, dass die letzten Tage es wieder ein bisschen ruhiger seitwärts verlaufen ist. Hier haben wir wirklich, wenn wir mal auf sieben Tage gehen, wir haben einen richtig schönen Anstieg gehabt und jetzt verlaufen wir hier seit ein, zwei Tagen wieder ein bisschen seitwärts und dieser Bulle ist weg. Anscheinend ist es heute auch wieder gebrochen, hier knapp unter die 50.000 Dollar. Mich würde es nicht wundern, wenn wir auf manchen Preis-Charts eben die 50.000 Dollar knapp nicht erreicht haben. Ich denke, das wird wieder so eine Resistance-Zone sein, die wir jetzt die nächsten Tage beobachten müssen. Aber wir sehen hier, hier ist weiterhin Schwung im Markt und wir können uns darauf verlassen, dass wir langsam in schön einen Bull-Markt reingehen. Ich bin mal gespannt, wie lange der hält, was jetzt bis zum Sommer passiert, was dann auch 25 passiert. Schreibt mal gerne eure Projekte in die Kommentare, was ihr glaubt, was hier die nächste Zeit abgeht. Wenn wir uns mal die Cosmos-Coins angucken, indem wir auf Minskern gehen, da kann man relativ schön verfolgen, was die einzelnen Werte machen. Und wenn wir dann hier oben einfach auf das Logo drücken, kommen wir auf die Seite und können hier schön anschauen, was die ganzen Cosmos-Coins machen. Wir sehen Akash immer noch über 3 Dollar. Wirklich Glückwunsch an jeden da draußen, der den bei 25 Cent gekauft hat. Ich habe auch darüber gesprochen, dass ich ihn kaufen möchte. Habe es nie gemacht, jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Trotzdem habe ich andere Coins, die gut laufen. Und für mich ist es auch vielleicht nochmal so eine kleine Weisheit an euch. Wenn ein Zug abgefahren ist, beziehungsweise wenn ihr sagt, hey, der Kurs ist mir jetzt zu teuer und egal wie hoch der noch runnt, ärgert euch einfach nicht, weil ihr habt eure Gründe, warum ihr es nicht gemacht habt. Ihr habt andere Optionen gesehen und im Endeffekt ist es nur ein Learning für euch und einfach den nächsten Zug zu nehmen, anstelle von dem Zug hinterher zu rennen, der schon abgefahren ist. Dann haben wir, wenn wir hier einfach mal auf Changes gehen, haben wir Quasar, die ordentlich performen. Fmos hat wieder einen kleinen Relief. Und Secret Stargaze ist da ordentlich am Punkt. Stargaze haben wir wieder über 5 Cent. Das ist eine sehr, sehr geile Sache. Das ist wahrscheinlich auch ein Mitgrund, warum Stargaze, die Bad Kids, ein bisschen gedumpt sind. Wenn wir mal auf den Stargaze Markt gehen, dann finden wir hier die Bad Kids. Und die haben aktuellen Floor Price von 148.000 Stars. Wenn wir jetzt nochmal hier hingehen und dann Stars eingeben, dann müssen wir natürlich gegenrechnen, wie der Kurs steigt zum Preis von den NFTs. Und je nachdem halt, was die NFTs machen, beziehungsweise was der Preis macht, fällt es oder steigt es. Und jetzt sind wir hier wieder über 8.000 Dollar, was absolut geisteskrank ist. Aber je nachdem, wie es halt hier abgeht, verhält sich halt der Floor Price immer eher in Dollar Preis. Das heißt, es ist vollkommen eigentlich egal, was der Stars Wert macht. Also ob das jetzt 150.000, 120.000 Stars sind. Es kommt eigentlich immer nur auf das Äquivalent an von US-Dollar. Dementsprechend kann da Kursschwankungen im Sinne von Stars Preis eigentlich außer Acht gelassen werden und immer den Dollar Preis dort bewerten. Say ist oben dabei, Passage oben dabei, wieder bei 7 Cent. Habe ich gekauft in dem Video für 6,5 Cent. Das heißt, da sind wir jetzt auch langsam im Plus. Und ein Wert, den ich noch letztens gekauft habe und jetzt auch nochmal nachgekauft hatte, als er wieder gefallen ist, ist Astroport. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Aber ich denke, solche Updates über meine Portfolio Buys sind auch vielleicht ganz interessant für euch. Astroport habe ich nochmal nachgekauft bei knapp 19 Cent. Wo sind wir hier? 17 hier. Habe ich nochmal reingekauft. Ja, so 20 Cent waren es genau. 21 Cent. Ich habe das erste Mal bei 30 Cent gekauft und ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir hier bestimmt auf einen Dollar gehen können. Aber natürlich keine Finanzberatung und das ist nur ein Bauchgefühl von mir. Astroport eine super Dex, die sehr hohes TVL hat für ihr Market Cap und auch von Delphi Labs gekauft wurde. Dementsprechend ist dort die Foundation, sage ich mal, gut bestückt und auch mit einer schönen Reputation in Krypto drin. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Coins ihr noch auf den Blick habt aktuell, welche Coins ihr kaufen wollt, welche ihr nachgekauft habt, hier in der ruhigeren Phase, in den letzten paar, vier, fünf Tagen, wo es eben seitwärts oder auch nach unten gab es, wo alleine Korrekturen drin waren. Wenn wir den Menschen anschauen, haben wir auch hier so eine Korrektur gesehen, was auch immer ganz gut ist, weil der Menschen eben auch keinen Boden hat, so wie jeder Coin, der durch in den Airdrop gestartet ist. Auch Celestia hat es mal wieder gut getan, auf 15 Dollar runter zu gehen und sowas werden wir natürlich auch bei Dimension sehen. Das heißt, da gar nicht böse sein, wenn es auch mal wieder nach unten geht. Die Marktkapitalisierung von einer Milliarde ist immer noch sehr, sehr stark beziehungsweise fully diluted von sieben Milliarden. Da könnt ihr wirklich immer schön rechnen, indem ihr einfach den Coinpreis nehmt, mal einer Milliarde ist dann immer fully diluted. Wir haben aktuell nur 146 Millionen im Umlauf, das heißt Market Cap von einer Milliarde. Aber wenn alle Coins im Umlauf wären, wären wir eben bei sieben Milliarden. Dann sollte es auch gewesen sein zum aktuellen Marktupdate plus den kleinen Wallet Talk und den Tyco Airdrop Update Testnet Ding da und dann schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare. Kommt auf den Discord, kommt auf den Telegram, lasst mir ein Like und auch ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon in den nächsten Videos, meine Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.